Der ganze Planet brennt, falls du es nicht weißt. Sie gehören zu den Hornets? Höchster Rack. Wie gefällt Ihnen die neue Waffe? High Energy Lithium Luftbatterien. Raketenfähig. Warum gerade du? Du bist also der berühmte Elias, hm? Schon von dir gehört. Angel One, hier ist Big Apple. Wir haben starke elektrische Störungen. Du rückst einfach das Zeug von den Hornets raus und schon kriegst du sie. Wenn die weiter so schnell saugen, kann dieser Planet bald nicht mehr menschliches Leben aufrechterhalten. Übertragung der Momentsordinaten beginnt. Wieso konzentrierst du dich nicht auf den wirklichen Feind? Und hörst du auf, uns alle zu ficken? Wer ist denn der wirkliche Feind, Elias? Das wissen wir nicht. Keiner weiß das. Diese sogenannten Hornets scheinen verdammt viel zu wissen. Los Angeles ist eins ihrer Hauptziele. Sie bekommen ein Code, um ihr Gerät zu aktivieren. Wenn die so viel wissen, dann werden die wohl dahinter stehen. Wir senden, was das dem Eimer. Und wie viel Zeit bleibt uns noch? Sagen wir einfach für die Tage des Wartens. Die Tage der Hoffnung verschwinden gerade. Ehrlich gesagt, sind sie schon vorbei.